Healthy Mandy steht vor einer schweren Aufgabe. Die Influencerin und ihr Partner Fitness Oskar mussten vor wenigen Wochen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Sohn Rio starb nur wenige Monate nach der Geburt. Er hatte an einer Autoimmunerkrankung gelitten. Die Eltern des Kleinen geben ihren Fans seitdem immer wieder Einblicke in ihren Trauerprozess. Nun erzählte Mandy ihren Followern, dass jetzt die Auswahl des Grabes bevorsteht. Auf Instagram klagte die Influencerin, wie sehr sie ihren Nachwuchs vermisst. Jetzt denke ich mir, ein Leben ohne dich, wie soll ich das schaffen? Wer hätte gedacht, dass morgen der Tag ist, an dem ich dein Grab für deine Beerdigung aussuche, schrieb die trauernde Mutter und bedankte sich dafür, dass sie ihren Sohnemann kennenlernen durfte. Außerdem widmete sie ihrem verstorbenen Baby liebevolle Worte. Danke, dass ich für immer deine Mama sein darf. Danke, dass du so viel dafür getan hast, die Welt zu verändern und Leben zu retten, hieß es in dem berührenden Text weiter. Danke, dass du so viel dafür hast, dass du so viel dafür hast, und wie sehr viel dafür hast, dass du so viel dafür hast, und wie sehr viel dafür hast, dass du so viel dafür hast, und wie sehr viel dafür hast, dass du so viel dafür hast, und wie sehr viel dafür hast, stepped water, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020